Wieder mal ein langer Tag auf Schalke, an dessen Ende aber dann endlich die Bestätigung kam. Dimitrius Gramozis wird neuer Schalke-Trainer und damit der vierte Trainer in dieser Saison. Gramozis und Schalke einigten sich also auf einen Vertrag bis 2022. Gramozis ist also nicht nur der Mann, der diese Mission Impossible leiten soll, Schalke irgendwie doch noch in dieser Saison in der Bundesliga zu halten. Nein, ihm wird auch zugetraut, in der kommenden Saison sollte es dann zum Abstieg kommen, diese Schalker Mannschaft zu coachen und den direkten Wiederaufstieg in Liga 1 zu schaffen. Und genau deshalb dauerten die Verhandlungen auch so lange an. Denn beide Seiten müssen sich natürlich im Klaren sein, dass Gramozis mit einer kleinen Hypothek in den Neuanfang ab Sommer dann starten würde, sollte er mit einer Niederlagenserie in dieser Saison mit Schalke 04 absteigen. Andererseits lernt Gramozis natürlich die Abläufe kennen, lernt die Mannschaft kennen und kann so genau selber mitentscheiden, wer kommt in Frage für die Mannschaft in der zweiten Liga. Also ein Pro und ein Contra. An dessen Ende dann aber die Gewissheit steht. Gramozis übernimmt den FC Schalke 04 und hat morgen seinen ersten Trainingstag. Und dann beginnt die kurze Vorbereitung auf das so wichtige Spiel am Freitagabend hier gegen den FSV Mainz 05.